Bei uns im BDMP gibt es auch verschiedene Disziplinen, bei denen man am Balken angelehnt schießt. Angelehnt in dem Sinn, dass die Waffe einmal mit der starken Hand rechts am Balken vorbeigeschossen wird und mit der schwachen Hand links am Balken vorbeigeschossen wird. Auch dieses ist eine Disziplin, die durchaus anspruchsvoll ist. Das bedeutet, dass man auch diese Station am Balken zu schießen von EPP, PP2 und PPC 1500 durchaus zu Hause üben sollte. Um diese Abläufe aber tatsächlich vernünftig üben zu können, um eben alle Fallstricke auch beachten zu können, macht es durchaus Sinn, so etwas auch wieder mit einer Airsoft zu machen. Platz natürlich vorausgesetzt. Hierbei sind auch diverse Sachen mit zu beachten. Zum Beispiel, dass der Fuß die gedachte Linie des Balkens nicht überschreiten soll. Das bedeutet im Klartext, dass wenn ich mit der rechten Hand, also ich als Rechtshänder, meiner starken Hand, am Balken rechts entlang vorbeischieße, befindet sich mein rechter Fuß hinter der gedachten Linie des Balkens. Das heißt, ich darf diese Schattenlinie, die letzten Endes, wenn man direkt drauf leuchten würde, nach rechts nicht überschreiten. Dasselbe gilt dann umgekehrt auf der linken Seite. Ebenfalls komplizierter dabei, oder nicht kompliziert, aber ein bisschen gewöhnungsbedürftiger, ist es tatsächlich auch mit der linken Hand dann zu schießen, wo man mit dem Abzug links überhaupt gar nicht gewohnt ist, wenn man Rechtshänder ist. Das ist wie mit dem linken Fuß irgendwie zu bremsen. Wer das schon mal probiert hat, der weiß, dass man da ruckzuck, wenn man nicht angeschnallt wäre, durch die Windschutzscheibe fliegt. Wie das ganze Ding jetzt aussieht, links wie rechts, kann man zu Hause zum Beispiel hier an einer Türzarge trainieren. Bitte entschuldigt die Optik, wir sind hier unten ein bisschen am Bauen und sind noch nicht ganz fertig geworden. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und zwar schießen mit der starken Hand rechts am Balken vorbei. Ich darf mich mit meinen Händen am Balken abstützen, aber nur mit der Hand. Die Waffe darf sich nicht am Balken befinden. Im Fall von EPP sind das fünf Schuss pro Seite. Wir wechseln jetzt einfach mal die Seite und gehen dann mit der schwachen Hand bis gleich. So, jetzt gehen wir mit der linken Hand. Der Ablauf ist genau gleich, nur eben, wie gesagt, linke Fuß bremsen, linke Hand schießen. Das ist echt total seltsam. So, das heißt, linke Hand, der gleiche Ablauf, die gleiche Handhabung, die gleiche Position, nur eben spiegelverkehrt. Und ich muss halt jetzt irgendwie versuchen, meinen Körper so zu verdrehen, dass ich mit meinem rechten Auge ins Ziel komme. Das waren auch wieder fünf Schuss. Wenn man diese Art des Trainings zu Hause macht, dann macht es auch Sinn, es vollumfänglich zu tun. Das heißt, ich übe auch genauso, sofern das machbar ist, das Nachladen, den Transition, das Holstern. Nur dann wird auch tatsächlich ein Schuh draus und nur dann gewöhnt sich der Körper auch da dran und bildet das entsprechende Muskelgedächtnis auf, um auch diese Abläufe tatsächlich zu verinnerlichen. In diesem Sinn, es bleibt weiterhin spannend. Ich persönlich sage ganz ehrlich, ich finde diese Option mit der Airsoft-Pistole, um diese Abläufe zu trainieren, eine geniale Geschichte. In diesem Sinn, wir sehen uns.